Doppeldinger Schwarz-Mackbord! Ganz deutlich! Großer Kerl! Ganz großer Kerl! Lupe, ich warne dich. Wenn das wieder einer von einem scheuen Witz ist, dann kannst du gleich jetzt fahren. Tatsache. Also Leute, wir haben alle schon lange keine Verpöse mehr gesehen. Und dieser Kahn, der ist voll. Das wird ein Fest. Alles klar? Alles klar! Fick die Hande! Fick die Hande! Alle meiner Position! Drauf verheißen! Du besichert Magbord 1, Kau übernimmt die Schoten! Gegen Hart, alle Böckung, Knochen, Kahn von Südost! Südost. Die besitzen übersinnliche Kräfte. Das ist Zauberei. Hexen. Wir müssen Zecken ruinieren lassen. Wir müssen den Handel einstellen. Was wir brauchen, ist ein Nicht-Angriffspakt. Die Ansel verhandelt nicht mit Kriminellen. Oh Herr, lass Blitz und Donner niederfahren auf diese Kreaturen, auf das sie für immer in der Hölle brennen. Denn sie sind die Jünger Satans, die Schlechter, alles Lebendigen. Ruhe! Fass mich nicht an. Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Du bist gut! Zeitung. Guck dir die Sterne an. Ist das der große Wagen? Oh klar. Sag mal, willst du nicht mit an Bord kommen? Wir mischen die Nordsee auf. Wir machen alle platt. Nur du und ich... Klaus, die Jungs... Ich verschwimmen. Wie jetzt noch? Ich schau mal, ich schau mal. Ich, Klaus Störtebecker, denn das war mein Leben und ich will keine Sekunde davon missen. Keine. Ja, 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 ja. Mach er der Sache jetzt ein Ende. Keine. Fick die Anze!